So und damit hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Forza Horizon 3 Und heute fahren wir mit dem 2017er Bentley Continental Super Sports Es war schon mal danke an die, die die ganze Folge geschaut haben Schaut mal gerne mal in die Kommentare unter der letzten Folge, wie ihr das fandet, das Special War ja doch mal ein bisschen was anderes Und mit dem Special treten auch zwei Änderungen im Let's Play jetzt an Oder es treten zwei Änderungen ein Einen gewissen vielleicht schon Und zwar habe ich das am Ende der Folge 100 gesagt Wer es auch gerne nochmal hören möchte Der guckt am besten rein, das war zum Ende der Folge 100 So ungefähr bei Minute 57 Ich sage es jetzt auch nochmal kurz Und zwar werde ich jetzt jedes Auto nur eine Folge fahren Das heißt in dieser Folge fahre ich den Bentley Continental Und in der nächsten Folge ein anderes Auto Also nicht wirklich zwei Folgen brauche, sondern wirklich jetzt immer nur jede Folge ein Auto Weil dann können wir auch mehr Autos schaffen, mehr cool Autos fahren Deswegen habe ich das für ein wenig besser erachtet Und dann auch die so ein bisschen daraus folgende zweite wichtige Änderung Wir werden jetzt mit den Autos keine Meisterschaften mehr fahren Also voraussichtlich Weil erstens an einer Folge, da schaffst du keine vier Rennen Also ich zumindest nicht, kann ich schaffen Weil ich jetzt hier einfach den Teil nicht zeigen will, einfach nur losfahren würde Das würde gehen Also die ja nicht mache ich, weil auch noch der Wagen ist schön, ein bisschen fahren und sowas Und alles was dazu gehört Und ich aber auch nur so jetzt ins Renn springen und vier Rennen fahren und fertig ist Das würde ich ein bisschen doof finden Aber mit jedem Wagen keine Rennen fahren Das ist jetzt nicht gesagt, aber keine Meisterschaften Vielleicht ein oder zwei Rennen in der Folge, das können wir vielleicht mal machen Also ein Rennen würde ich mal sagen sowieso Mal zu gucken, wie sich der Wagen so mit der Konkurrenz verhält Aber ja, das wollte ich mal nur mal kurz sagen Ja und heute hier mit dem Bentley Der war ja in einer der letzten Fahrzeugtanzung mit bei Das war für euch glaube ich wirklich einer von über einem Monat oder so Ich weiß gar nicht Weil ich folge nämlich jetzt gerade hier am 20.03. auf Also schon ein wenig früher Aber jetzt mal, was mir schon mal ganz spontan bei dem Wagen einfällt Der sieht schon geil aus, ne? Ich bin an sich wirklich kein Fan von Bentley Continental Weil der ist immer so groß, so klobig, so hässlich Aber hier der Supersports Der sieht schon böse aus, ne? Also hier auch die riesigen Felgen Das sind locker 20 Zoller, wenn nicht sogar 21, ja? Auch hier eine schöne Carbon-Ticke hinten Von hinten so, das mit dem Auspuffhorn Ey, das sieht schon geil aus, ne? Mal kurz hier alles auf Der Kofferraum geht auch auf hier Kofferraum ist nicht so wichtig, glaube ich, bei dem Wagen Aber ist auch nicht gerade klein, finde ich Ein schönes Luxus-Interieur Aber immer noch der Supersports Also die, soweit ich weiß, schnellste Variante des Continental Mit ca. 700 PS und 1000 Nm Drehraum mit Das ist ja ca. weit und keine Fakten Aber hier wunderschön vorne Unser W12 mit richtig dick Hubraum Ich bin den Wagen ja schon mal im Ford-Salon gefahren Die ist, glaube ich, außerordentlich Aber heute fahren wir die mal richtig Ist natürlich ein bisschen Tune, aber trotzdem Obwohl es der Supersports ist, er wiegt immer noch Sehr, sehr viel Aber ist immerhin schon Anfang S1 Für ein Bentley Not bad Wir brauchen erstmal Es geht nicht mal Rennbremsen rein Uh Das ist aber Das ist ziemlich komisch Naja Soll der Wagen anscheinend gut bremsen Auch ein 9,9 startender Allrad Nicht schlecht Aber es geht tiefer Und wie ihr wisst, tiefer finde ich immer besser Also es sind zu 99,900% Durch Stabi-Scan auch mal rein Dann das Gewichtsproblem Gebesadruktion geht natürlich Denn der Wagen wiegt aktuell 2271 Kilo Das ist fucking viel Ja da, 520 KW Das sind ein bisschen über 700 PS Und 1017 Nm Drehmoment Das ist ein 6 Liter W12 Kann man machen, ne? Aber immer noch 2,3 Tonnen Da würde ich sagen, geht weniger Und ich weiß gar nicht, welche wir reinmachen Ich würde sogar fast Zu der besten tendieren Wir können da 500 Kilo rausschmeißen Ich mach erstmal so Ich mach erstmal die mittlere Also wenn ich so unter 2 Tonnen komme Dann reicht das Dann füge ich hier ein Getriebe Muss ja alles rein Kupplung, Antriebswelle Diff brauche ich auch mal ein Ich hab meine Wagen sollte auch Ja Ich hab wohl die Rennen das Dingern Erstmal gucken, was hier bei der Aerodynamik ist Vielleicht nochmal die Forza-Sachen Die sieht so ein bisschen aus wie die Schürze vom Kontinente GT3 Die auch hier im Spiel ist Kam auch bei Forza-Torn rein Und die Frittentheke könnten wir auf eine hässliche Forza-Theke machen Oder abmachen Aber wieso abmachen, ja? Ich find die sieht geil aus Auch Bandley mit Spoilers Ist auch mal was Neues Gibt man auch selten Und sogar Wenn ich jetzt grad nicht Mich komplett irre Der stärkste Serien-Bandley Also abgesehen von dem Rennwagen Ist das der Bälle mit den meisten Pferdchen Hat er damit auch Ist ungefähr so stark wie ein Lamborghini Und das heißt schon was, ne? Ach komm, wir machen auch das Trenn-Ding hier rein Ringlichtproduktion Weil die Karre, die Ich mein, 2010 Kilo Das ist einfach Das ist zu fett Mein 1,7 ist immer noch Gar nicht mal so leicht Aber ist schon mal ein bisschen leichter So, die Felgen Ich Die gehen sogar nicht mal größer tatsächlich Ich würd sagen Die kann man sogar lassen Ich find die geil Die hat schon mit diesen 5 großen Speichen Das sieht irgendwie cool aus Aber die bereichen ja noch breiter Wir haben hinten süße 275er Und können machen auf Das fand ich schon besser 305er Sieht aber gar nicht mal so breit aus Und da nach vorne auch von 275er Auch auf 305er, denk ich mal Jipp, das machen wir auch mal So, bessere Reifen Ich Ich weiß nicht Ne, wir lassen den Reifen mal so Ja, wir probieren es einfach mal Sonst ist der Wagen fertig Nur die Farbe gefällt mir an euch Muss auf jeden Fall geändert werden Und in die Song kommt Dass der Bentley irrsinnig viele Farben hat Mal gucken, ob da gute mit Weißen für uns Und dieses Was ist das denn? Was ist das so eine Orange? Oder das sieht Ich will das jetzt nicht sagen Aber es sieht wirklich scheiße aus Oder so Das ist noch so braun-orange Irgendwie so Und ach du Scheiße Ah ja Ein paar Farben haben wir hier Natürlich hier Klassisches Weiß Was auch geil aufsieht Auch vorne auf dem Motor Ob diese Luft entlässt Oh Hab ich noch gar nicht gesehen Wie dieses Art Body Kit Ey, das sieht schon böse aus Also Bentley Der macht es so halbwegs ernst Ja 2,3 Tonnen Gewicht Macht er nicht so ganz ernst Aber Uh Das sieht auch so ein bisschen aus Jetzt glaube ich wie der Diese Wagen aus GTA 5 Oder GTA 5 Online Ich weiß gar nicht wie er heißt Aber ihr kennt ihr sicherlich Wenn ihr das gespielt habt Oh Ein mattgrau sieht auch böse aus Die Farbe gefällt mir auch Mir gefallen hier glaube ich Viele Farben Sehr gut Ganz schwarz Wird langweilig Ein Lieder machen wir den Wagen nicht Obwohl Das Blau Ja Ja Also bei so vielen Farben Ist die Entscheidungsfreiheit Natürlich riesig Die Auswahl Obwohl so ein Rennorange Also Anführungszeichen Rennen Ich würde sagen Der muss irgendwie rot oder Das Bedürfnis Die Wagen rot zu machen Wann machen wir den so rot-schwarz Oh Und ich guck mal Bei den normalen Farben Ist das schon eher so In die Richtung Dunkelrot Ähm Ja Mach mal hier bei 0 2 Vielleicht noch ein bisschen Dunkler Ne Nicht ganz so dunkel Ich weiß Wie sieht das so geil aus Also ich finde Irgendwie hat das schon was Ne Irgendwie Mach ich das auch Machen wir es erstmal so Die Felgen Die werden natürlich noch gefärbt Obwohl diese auch nicht schlecht aussehen Aber Naja Das ist ja dunkel Und ich würde sagen Ach lol Ist da noch so schwarze Dinger mit drin Hab ich ja gar nicht gesehen Das ist Das ist mir wirklich erst jetzt aufgefallen Dass es nicht nur 5 Speichen sind Also diese 5 großen Und auch noch ganz viele Alter Hab ich ja gar nicht gesehen So ich würde sagen Das sieht jetzt auch Nicht verkehrt aus Aber es sind locker So 20 Zelle Oder 21 Also schon Nicht gerade kleine Felgen Aber es ist auch ein Bentley Er kann ruhig mal ein bisschen mehr drauf Hat auch hier schön Natürlich wie die meisten Mädels Ich kenne Achtgang Automatik So muss das Und der Wagen muss Der nächste Folge Wird auch Achtgänge haben Sag ich nur schon mal so Als kleiner Spoiler Oder Teaser Spoiler wohl nicht Weil Ich bespiele dann viele Autos Achtgänge Da ist die Auswahl auch noch relativ groß Naja Gucken wir mal So der ist hier Unser wunderschöner Band Day Da würde ich Als Band Day Macht da wirklich Einen sehr guten Eindruck Ich finde das Rot Das kann man machen Das kann man nicht machen Ich finde auch die Rückleuchten Schön Habs auch so ein bisschen Beim Medley An Altbank Continental Gibt das schon seit Ich glaube Über 10 Jahren Mittlerweile Durch Deutlich mehr Leistung Und deutlich anderem aussehen Aber Die leuchten Die können was Und Okay Rückwärtslicht Das ist auch Ein mickrig Aber das ist auch egal Ja Ich mag den Wagen Noch tiefer legen Ja ein bisschen Also tief In Anführungszeichen Mit 15 Zentimetern Das ist nicht so mega tief Hier 0 auf 100 Alter 3,2 Sekunden Beim Div Nachversorgung Mal 70 hinten Würde ich mal sagen Weil wir es können Weil es der Supersports ist Das Getriebe muss ordentlich kurz Aber wir gucken gleich erstmal Wie sich so verhält Hört sich vom ersten Hörnern an Genau wie der Ben Tager Der kann mal glaube ich Im Januar Oder Februar Per DLC rein Ich glaube Januar war es Zusammen mit dem i8 Das ist schon mal geil Der ist halt auch ein Bentley Das ist jetzt zwar viele Hier bespielt fast alle gleich an Aber ich finde es geil Auch das Rot Dieses so Weinrot mäßig Das kann was Das sieht böse aus Ich finde das ist echt geil So mal gucken Ja Ich würde sagen Der marschiert mal nach vorne Kann auch rot bremsen Das dauert aber Ewigkeiten Wie lang dauert es denn Oder wie viel Meter Woche Ich sag mal so 38 Oh Schön Ich bin gut Hat sich aber echt lange Angefilter Bremsweg Also vor allem länger Als ich gedacht hätte Oh ja Alles hier noch ein bisschen Kürzer Der erste Kann nicht so bleiben Der zweite Ein bisschen kürzer Der dritte Vor allem Fünfter Ja Sechster Gut So Ein bisschen länger Ein bisschen luxuriöseres fahren Und Eko Modus Eko Gang Der Wagen ist geil Am sechsten Schüttt auch ordentlich an War doch mal hier Was entstanden Wenn es geht Weil Beschleunigung ist schon geil Alter Das ist schon geil Wagen geht schon ab Oh ja So mag ich das Da ist immer noch ein dickes Auto Mit mega viel Luxus Ich meine von innen Das ist halt im Bentley Das war eigentlich quasi Wunschlos glücklich Wer den Wagen Ist das geil Mag ich echt War vielleicht vom Kurvenverhalten In Ordnung Für immer noch 1,7 oder 1,8 Tonnen Aber so mag ich den Wagen schon besser Geile Farbe Ein kleines bisschen getunt Ein bisschen mehr Dampf Ich würde mal sagen Das Getriebe geht noch kürzer Ist auch noch ein bisschen zu lang So So Ja Komm Leckser Gang hier Der Sound Das hört sich halt An wie ein Motor Mit richtig dick Hubraum Ich weiß auch stimmt Ich meine 6 Liter Das ist mega viel Dennoch bei Bentley Soweit ich wie ich weiß Bisher auch kein Downsizing Immer noch die guten 6 Liter W12 Motoren Und ne Der Sound Oh Das kann ich den ganzen Tag machen Immer Gas geben Vorm Gas gehen Gas geben Vorm Gas gehen Noch gleich noch Ein schwerer Driver Ach kaum ist ja nur ein Agera Ich habe ihn locker In 400 Metern links abbiegen Obwohl er zieht schon ein bisschen weg Kleines bisschen Links abbiegen Ich wollte sagen Ich wollte es rückspulen Aber hä Aber schon lange ist geil Mega schnell Ich bin ja doch 700 PS Muss es nicht mal geben 700 Stell sich ein Amateur Da auch vor Ist ja ein ziemlich geiles Auto Ist Aber ziemlich schnell Halt nur Luxuriöser Äh Ja Britischer Größer Noch so ein bisschen So Was ich da schaffen Wolfsbels Also man sieht Man sieht dass der Wagen Die Gleichstellung hat Das ist klar Man sieht dass er Nicht gerade 100 PS hat Oder 200 Das ist ja auch schon ein bisschen mehr Aber dass er 700 PS hat Das denkt wirklich keiner Glaube ich zumindest Deswegen würde ich sogar sagen Schafs und Wolfsbels Tja Und halt ein Königseck Agera Der kann nix Ja Easy War mal so ein Agera geschlagen Wie letztens Hier mit dem Goka Den McLaren F1 Tja Auf den Continental Supersports Dann besiegst du alle Selbst ein Agera Die auch nur 240 PS mehr hat Ungefähr Was nämlich schon peinlich ist Okay Lag Halt ich mal kurz an hier Dann würde ich sagen Fangen wir mal Vielleicht ein kleines Rennen Wir können auch mal wieder Straßenrennen fahren Sind wir auch lange nicht mehr Gefangenen Let's Play So Ich würde hier schon Sehr viele folgen Ja Alter Wie am Start abgeht Im ersten Gang Alter Warte mal kurz Jetzt hier so fahre Was ich bei 10 kmh Und dann Alter Ich würde mich doch verarschen Dass ich auch ohne wheels bin Ich habe vollgas Losfahren ohne wheels bin Bei 10 kmh Mit 700 PS Ich meine doch noch Allrad Aber Boah Der dreht auch so schön Schnell hoch Weil das Getriebe so kurz ist Das mag ich Das trifft genau Mein Geschmack Stabettler hier Durch der XP Speed 6 Oder wie der heißt Aber der Wagen kann auch hier Schön ganz geschillt Im achten Gang Kann man auch machen Aber Bestand ihn mal Ein bisschen runter Oh Ich darf sagen Der ist sogar Wirklich göttlich Ich würde sagen Mein Lieblingsbändler Hier im Spiel Nach dem Bantaker Weil der ist einfach geil Wenn der hier auch Aber ein Bantaker Ist irgendwie Ich finde den geiler Vor allem würde er nicht so Klopig aussehen Weil er ist einfach klopig Weil es einfach ein SUV ist Dass ich halt Und ein Coupé Ist halt trotzdem So viel wie ein SUV wiegt Sie haben ihr Ziel erreicht Da gerne Das weiß ich Aber das ist halt das Problem Bei Bentley So ein bisschen Die machen los Die machen schneller los Aber die sind halt alle so schwer Wieder Continental Das wiegt zu viel Und auch so ein Walt's Royce Man dust das hin und her Aber doch nicht 2, irgendwas Tonnen In einem scheiß Coupé Für vier Leute Werden da überhaupt Viel reinpassen in den Bentley Ich glaube schon Aber Hat er so was Was überhaupt Eine Rückbank Also jetzt mal Ganz ehrlich Ich glaube es gab Eine Version von ihm Der hatte keine Rückbank Ich weiß nicht Ob es aber Der war oder ein anderer So Straßenrennen Bauhof bis Coupapedi Rennen Oh ihr schön Dämmerung So Zeig mal Bälle Was du kannst Start schon Mach dich viel Alter Ja ich hätte Nicht mehr gesehen Das ist der Borg All hier Folge Karine Korvette Fährt da Da sind Rallye Fahrzeug Das was ich auch noch Noch kurz sagen Ich habe auch Die Schwierigkeit Hörgestellt Im Spiel Von Experte Auf Profi Aber es wäre Noch ein bisschen Leichter Wir werden jetzt Vielleicht nicht Jedes Rennen Gewinnen Aber trotzdem Ist es dann Vielleicht ein bisschen Spannender Ey du Noch wie immer Autovorschläge Für welche Sachen Gern in die Kommentare Ob ich sie noch nehmen Ist eine andere Frage Aber ich bin dafür Immer sehr offen Oder sich für Anregungen Oder für Spiele Die ich zocken soll Könnt ihr alles Mir gerne in die Kommentare Schreiben Ich habe nichts dagegen Würde ich noch mal kurz Angemerkt haben Oh Gott Die Kurvenlage Was wir hätten Hervoranz Auf jeden Fall Ich glaube ich Ein Supersportwagen Weil der Gibt da vorne Richtig Gas Der Typ Ja R8 Aber nur der alte Wie breit Hinten Bremsleuchte Die ganze Scheibe Verteilt Alter Das sind doch Schön Sieht ihr noch Die geilen Rücklichter Sind echt geil Diese zwei Ovalen auf jeder Seite Sieht sportlich aus Aber auch luxuriös Und weil er kann halt Beides Sehr gut Ich baue gerade wieder Mega Scheiße Außerdem auch so ein bisschen Zumal dazu Dass ich hier nur Scheiße baue Am vierten Gang Aber wir sind Bisschen unnaturig Würde wohl der Audi machen Aber ganz ehrlich Jetzt ein Audi Gegen so ein Bentley Das ist trotzdem der Audi besser Was ich auch gut zu finde Weil das ist ein fucking R8 Der muss besser sein Aber nicht so gut Aber trotzdem reicht Für den zweiten bis jetzt Ich finde das auch so ein Lanscher Delta S4 Müsste das sein Von Gruppe 5 Also Gruppe B Alter Die Kobelage ist auch nicht so geil Man hätte es auch vielleicht erwarten können Aber Gut Man kann ja mal hoffen Wir haben ja immer eine halbe Tonne abgespeckt Da sollte doch einiges drin sein Das war unglaublich Ja, ziemlich scheiße Also nur für den ersten reichen Anshak kann er ja gerne fahren Aber würde mich eh nicht abziehen Vielleicht hier so einen geilen Bentley-Fahr Aber Topspeed Alter, der ist gut Mit 312 durchs Ziel Das ist krass Der Wagen ist einfach nur göttlich Gut Er war erst aber noch schneller als ich Dann kann ich ja nichts für Ich würde sagen, erinnert geht noch ne Ich habe irgendwie Bock drauf Die Folge wieder denke ich mal so 25 bis 30 Minuten lang Aber warum nicht Da war ein geiles Auch wie es denn Ich bin da schon der zweite Über 500 wieder mal So, wir gewinnen Oh, ich war Ist aber nett Also kannst du die Kosten fürs Tuning Locker wieder reingeholt Wobei es ja nicht so teuer war Und mich ja klar Ähnliches hat man über 20 Millionen Hey, da Komm, ein Rennen geht noch Nehmen wir einfach mal Das hier Weil es hier nebenan ist Boah Das erinnert sich hier Ich würde sagen, so ein typischer Bentley-Taro Ist doch glaube ich so ähnlich Im Bentayga Oder im alten Kontinente Mach ich ja Zack Aufs Gas Oh, ich liebe es Ich liebe es Vielleicht habe ich aber für ein gewisses Großes Für eine Fastfood-Kette Schon nicht jeder kennen sollte Aber der Wagner fällt sich echt super, finde ich Also verhältnismäßig Immer noch ein Bentley und kein jetzt Ferrari Oder Lamborghini Auch für ein Bentley, doch sehr, sehr sportlich Und das sieht auch für dich ziemlich geil aus Weil auch hier die Rückleuchten, wie man gerade gesehen hat Die Theke ist geil Die Strohstangen hinten, so die Schweller, die sehen geil aus Die Felgen sind geil Deswegen, so Kuba Paddy Landstraßen, Schleife Dann auch ein Vantage GT12 Oh, nicht schlecht Komm, ein Das hier geht hier noch Die Zeit nehme ich mir Was ist denn hier los? Alter Was war das gerade, bitte? Hallo Alter Was machst du denn da? Ich konnte viel schneller nehmen, die Kurve Hi Wie glaube ich der ersten Warten Kann halt nix Von 700 PS Ist ich vorne auch noch ein Bentley? Das kann ich nicht sehen Ein sehr schnelles Auto Der Bentley ist echt nicht langsam Das Hausstil ist ordentlich Bei der Leistung Soll doch ein bisschen was gehen So Einfach in der Kurve gekonnt, überholt Erster Platz, so gefällt mir das What the fuck war das jetzt gerade? Ich habe gesprungen und war nicht so geil Eigentlich habe ich ja Normal gelenkt, aber Kuba hatte ich auch eigentlich Locker bekommen, aber so Nicht ganz Alter Ne, da muss ich echt Langsamer fahren Weil ich da so ein bisschen In die Luft komme Und das schaffe ich so nicht Weil ich fahre doch schon langsamer Wieso geht denn das nicht? Jeder Mester Kompetenz hier am Start So Hat man sich Zeit verloren? Aber Ich wollte es sagen Den ersten Platz gebe ich nicht mehr ab Hat sich gerade geändert So Mir doch gerade hier Ich hoffe, ihr seht auch was So Das ist gut Natürlich ist Eilrad auch Mit einem großen Anteil dran Den Der Wagen aber auch braucht Sonst würde der gar nicht Aus dem Knick Tom Knick Kommende Mein deutsches Wieder atemberaumt Oh, das war ein bisschen So weit außen Wie ein Bentley Battle So mag ich das Was? Ich Nee 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 Ja, so Stehen mit Vollgas ausbeschleunigen Vierten Gang Man wird es noch ein von zwei Rennen gewonnen Das erste auf dem zweiten Platz Das zweite auf dem ersten Platz Quasi jetzt einmal gedreht Das ganze Aber sehr cool Wagen Wenn ich denke ich mal noch im Offline Also ohne die Aufnahme noch mal öfter fahren Vielleicht auch mal Multiplayer Wäre auch eine Idee Obwohl Also Das natürlich auch Das ist an sich für den Wagen gut Aber jetzt war so Anders jetzt für S1 Man den da was ich voll aufbauen Auf S1 Da gibt es noch was besseres Ne Sie hat deutlich besser fahren lässt Aber trotzdem Geiler Wagen Ich finde es gut Das Spiel ist auch kostenlos Als Forza-Ton-Fahrzeug Ich finde ich auch cool Da kann man ein Spiel schon teilweise Ich gute Fahrzeuge rein Wie jetzt der F.E.G. 5,5,9,XX Wie der Lola Hier der Bentley Da kam schon Coole Sachen rein Muss man schon mal sagen Fahre ich mal kurz Ich an Straßenrand Fahre ich mal zur Tankstelle Sehr gleich hier Ist die Folge auch zu Ende Oder gibt es in der nächsten Folge Ein neues Auto Also es wird sehr gespannt Ich werde es gleich wissen Oder gleich fahren Gehen wir an den Drohnen-Modus Ja Nicht Foto-Modus Ich sagte Drohnen-Modus Dann bedanke ich mich an der Stelle Bei euch fürs Zuschauen Und hoffe dass wir uns auch In der nächsten Folge Wiedersehen Ja aber wirklich Warte Ist ein geiles Auto Also wenn ihr den habt Oder nicht habt Dann kauft noch nicht Im Aktionshaus Für ein bisschen Geld Wird glaube ich nicht so teuer Sändig mal so 300.000 Bis halbe Million Aber der lohnt sich Ja Denn Ja sage ich einfach mal Bis zum nächsten Mal Warte ich stelle mich noch Kurz hin Sieht das gut aus Ich hoffe doch Na dann sage ich einfach mal Tschüss Bis zum nächsten Mal